Willkommen bei AxisVM. Mein Name ist Daniel Gass und ich möchte Ihnen heute den automatischen Bewährungsvorschlag vorstellen. Nach der Berechnung eines Modells und der Bemessung der Deckenbewährung können wir mit dem automatischen Bewährungsvorschlag eine tatsächliche Bewährung erzeugen, die wir anschließend über die IFC-Schnittstelle exportieren oder für eine nicht-lineare Berechnung im Zustand 2 weiterverwenden können. Für dieses Beispiel ist eine Decke bereits bemessen. Ich blende das übrige Modell aus und stelle die Decke im Grundriss dar. Jetzt starten wir den automatischen Bewährungsvorschlag aus dem Menü Plugins und wählen die Decke aus, für die wir die tatsächliche Bewährung erzeugen wollen. Im ersten Schritt möchte ich eine einfache Bewährung erzeugen. Ich komme später noch auf die weiteren Möglichkeiten des Apps zurück. Im Register Bewährung lösche ich zuerst die vorhandenen Verlegungen. Diese sind bei der letzten Anwendung des Bewährungsvorschlags gespeichert worden. Nun können wir aus der Tabelle die Verlegungen auswählen, mit der wir die Decke bewähren wollen. Selbstverständlich können wir auch Durchmesser und Teilung manuell eingeben. Die Parameter können wir für alle Lagen gemeinsam oder einzeln definieren. Ich entscheide mich hier für unterschiedliche Einstellungen für die obere und untere Bewährung und deaktiviere alle Verlegungen mit Teil um 20 cm in der oberen Bewährung. Wenn ich die Erzeugung der Bewährung starte, erhalte ich die Möglichkeit, vorhandene Bewährungen automatisch zu löschen oder beizubehalten. Der automatische Bewährungsvorschlag erzeugt Bewährungsbereiche, wie sie auch manuell eingegeben werden können. Diese tatsächliche Bewährung können wir auch mit ISA-Flächen darstellen, um einen besseren Überblick zu erhalten. Um die Darstellung noch weiter aufzuräumen, blende ich die Bewährungsbereiche aus. Die Farblegende zeigt, wo welche Verlegung benötigt wird. Mit dem kostenlosen Ink-Tool Bewährungsfenster können wir alle vier Lagen nebeneinander darstellen. Im Folgenden betrachten wir die untere Bewährung in Y-Richtung. Das Vorgehen für die anderen Lagen bleibt sich aber genau gleich. Die Bewährungsdifferenz zeigt uns den Unterschied zwischen der erforderlichen und der tatsächlichen Bewährung. Positive Werte zeigen an, dass mehr Bewährung vorhanden ist als erforderlich. Negative Werte bezeichnen fehlende Bewährung. Wir setzen das Maximum der Farbskala auf 0, damit alle Bereichsteile mit ausreichender Bewährung rot schraffiert werden. Wir können so auf einen Blick prüfen, dass der automatische Bewährungsvorschlag genügend Bewährung eingelegt hat. Ich öffne das App erneut und aktiviere eine Grundbewährung. Ich kann damit beispielsweise abbilden, dass ich auf die gesamte Fläche ein Netz mit Durchmesser 8 alle 15 cm einlegen will. Wir haben auch die Möglichkeit, den Bewährungsvorschlag auf einzelne Lagen zu beschränken. Jede Verteilung beinhaltet jetzt die Grundbewährung und die erforderlichen Zulagen. Wenn wir die Einstellungen erneut öffnen, können wir die Bedingungen für die Erzeugung des Bewährungsvorschlags anpassen. Ich wähle jetzt eine minimale Länge der Bewährungsstäbe von 5 m und eine minimale Anzahl von 10 Stäben pro Bewährungsfeld. Wenn wir den Bewährungsvorschlag erzeugen, erhalten wir jetzt wesentlich grössere zusammenhängende Bewährungsfelder. Umgekehrt können wir auch minimale Länge und Anzahl der Bewährungsstäbe kleiner wählen, um eine feinere Abstufung und damit einen geringeren Bewährungsgehalt auf Kosten der Anzahl Positionen zu erhalten. Die Rastergrösse definiert, an welchen Punkten die Bewährung geprüft wird. Um eine möglichst feine Abstufung zu erhalten, reduziere ich den entsprechenden Wert. Optional können die Bewährungsbereiche auch automatisch bemessen werden. Je kleiner der minimale Bewährungsbereich ist, desto genauer folgt die tatsächliche Bewährung dem erforderlichen Bewährungsquerschnitt. Für den Export verwende ich wieder das erste Beispiel mit der einfachen Bewährung. Über das Menü Datei, Export, können wir die IFC-Dateien erzeugen. Der Export der Bewährung ist optional und kann über diverse Einstellungen weiter beeinflusst werden. Die so erzeugte IFC-Datei können Sie nicht nur wie hier in einem IFC-Viewer öffnen, sondern in jedem BIM-fähigen CAD-System einlesen. Der Bewährungsvorschlag ist aus 3D-Bewährung exportiert worden und kann beliebig weiterverarbeitet werden. Zum Schluss zeige ich Ihnen eine Zusammenstellung aller Bewährungen, die wir in diesem Video erzeugt haben. Je nach Einstellung für den Bewährungsvorschlag können wir unterschiedliche Bewährungen erzeugen und Sie so auf die Gegebenheiten und Anforderungen des jeweiligen Projekts abzustimmen. Ihre weiteren Fragen beantworten wir gerne per E-Mail oder Telefon. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter dem Video in der Beschreibung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich für die Gegebenheiten und Anforderungen für die Gegebenheiten.